Die große Hypno-School Weihnachtsgeschenkesuche Zur besinnlichsten Zeit des Jahres halten auch wir von der Hypno-School ein Geschenk für dich bereit. Du kannst mit etwas Glück deine Wunschhypnose aus- oder Weiterbildung bei der Hypno-School gewinnen. Welche das sein soll, kannst du selbst entscheiden. Und wie das funktioniert, erzähle ich dir jetzt. Schritt 1 Auf unserer Hypno-School-Website haben wir große und kleine Geschenkpakete versteckt. Diese können sich überall, also auch auf jeder Unterseite befinden. Deine Aufgabe ist es nun, die Geschenkpakete zu suchen und zu zählen. Merk dir die Zahl gut. Schritt 2 Öffne den Browser deines Vertrauens auf deinem Smartphone. Navigiere zur Google-Suche und tippe Hypno-School in die Suchleiste. Scrolle in den Ergebnissen runter, bis du den Button Anrufen siehst und ruf uns an. Antworten wird dir die Hypno-School-Mailbox, auf der du deinem bitte folgende Daten hinterlässt. Dein Vor- und Zunahmen. Die Kontaktmöglichkeit. Anzahl der Geschenke, die du gefunden hast. Und das Seminar, welches du gerne gewinnen möchtest. Wir wissen, wie kurz und hektisch die Zeit vor Weihnachten sein kann. Deshalb haben wir das Gewinnspiel etwas verlängert, damit du genug Zeit zum Suchen hast. Teilnahmeschluss dieses Gewinnspiels ist der 30.12.2017 um 23.59 Uhr. Wir von Hypno-School wünschen dir viel Spaß beim Suchen und viel Glück.